Die Allergiesaison dauert nicht nur wenige Wochen oder Monate. Fast das ganze Jahr über sind Gräser oder Pollenallergien in der Luft. Auch die Haustaubmilben sind das ganze Jahr über aktiv. Die ersten Bäume, die sogenannten Frühblüher, setzen schon zum Ende des Winters den Blütenstaub frei, wobei Hasel- und Erlenpollen schon im Dezember oder Januar in der Luft sein können. Danach, meist Ende Februar oder Anfang März, folgen die Pollen von Esche, Pappel und Weide. Birkenpollen fliegen normalerweise ab Mitte März. Nach milden Wintern können sie aber auch schon ein bis drei Wochen früher auftreten. Ab Mitte Mai gesellen sich Gräserpollen hinzu, die bis in den Frühherbst hineinfliegen können. Im Sommer kommen dann viele Kräuterpollen hinzu und schließlich als letztes die Pollen von Beifuß und Ambrosia. Aufgrund der langen Pollensaison zeigen sich die Symptome einer inhalativen Allergie also nicht nur im Frühling, sondern können sich über einen längeren Zeitraum erstrecken.